Hallo Leute, wir haben gerade erfahren, Juh Hefner ist gestorben und Herr Rotes will dazu immer Stellung beziehen. Also mir ist die Nachricht von Korsenbauer vor Augen gekommen. Also mir ist es gerade zugetragen worden, dass der Juh Hefner leider von uns gegangen ist. Er war Teil meines engeren Kreises. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt und ein Andenken an ihn lege ich jetzt auch so da nach dem Motto, ich mach den Seestern, fick mich ins Loch. Das Film ist noch mal vermeiden, bitte. Wir haben aber auch junge Zuschauer. Wir haben aber auch noch ein paar gute Worte an ihn zu verdienen. Welche denn? Er hat uns viel gebracht ohne Juh Hefner. Ich kann es nicht. Aber den Gag müssen wir beibehalten. Das ist gut.